herzlich willkommen und tach leute ja wir sind in der nähe von davas peak noch mal schauen wie wir hier vorankommen da vorne ist schon mal ein licht das heißt in der regel doch etwas gutes allerdings haben wir viel zu wenig muni was ist das denn kann man hier irgendwo hin wo es interessant ist ja 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 nun ihr werdet nun ihr werdet nun ihr werdet hier sieht es nicht gerade toll aus nein nicht unbedingt netter ort keine taurten kann nun scheinen ok schwarzbrennerhöhle diese hülle war während der prohibition 1919 bis 1933 schauplatz regelmäßiger und nukrativer alkohol schmuggel aktivität ach ein cool schmuggeler ich mag sowas meist wurde die alkohol zwischen gelagert dass kanada eingeschmuggelt wurde es wurde aber auch schwarz brennerei in der höhle betrieben alter hoffentlich finde ich mal so waffen hoffentlich finde ich nur ein paar kram so coole sachen sind doch immer nicht so ein bisschen alkohol batterien keine muni nein keine muni schade allerdings haben wir doch dann noch eine schrote zwei schüsse mit einer schrote ist aber auch nicht so könnte halt besser laufen muni dieses spiel ist echt muni arm also die die mögen mich ja nicht mit ihrer munition das sind so ganz böse leute hier dann rennen wir mal hier lang so und ach da wäre auch ein hinweis gewesen dann gehen wir mal hier dann das dicht ist kaputt gegangen okay sehr schlechtes zeichen sehr sehr schlechtes zeichen batterien was ihr verdammten licht schatten fischer hinter mir ist einer nein steht steht doch ich habe echt keine muni mehr wie solchen wie soll man das machen wenn man keine muni mehr hat verdammt hat doch darauf habe ich ein wenig muni stirbt ja genau 0 jetzt muss ich hier irgendwie muni besorgen verdammt scheiße 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 wie macht man das denn wenn man keine muni mehr hat bei dem spiel wie macht man das denn hier ist auf jeden fall ein kontrollpunkt lavas peter dann ist da vielleicht etwas vielleicht ist da etwas ja dann gehen wir da hoffentlich keine gegner weil dann sind wir tot sehr muni arm sehr muni arm ich will munition ich will euch mit bleibt vollpumpen eine manuskriptseite will ich hier auch geheilt nein was ist das ach so sicher wo ein müllcontainer kann man müllcontainer aufmachen da sind bestimmt tolle sachen drin wie munition nein schade war das nur für die manuskriptseite anschein dann mal so schreck auf den weg rüber und dann sollte dort langsam mal ah mini leg sollte mal kurz gleich der lovers peak kommen wow wow sieht sehr schlecht aus sieht nach ziemlich viel nebel aus nebel ist scheiße in diesem spiel ich will da hoch ich will da hoch zu diesem licht ganz ganz schnell ah da ist ne schroti ok ah 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 muni aber auch nur für die schroti ne nur für die schroti kann ich einfach dann gesehen okay dann müssen wir hier mit zugange kommen kann auch hier runter okay okay ich mag dass Reporting auf jeden fall den kontrolpunkt altar alte ist da ein nebel verschwende du holzfeller Oh, stirb Holzfäller Ich hasse Holzfäller Holzfäller, stirb Zumindest sterben die ein bisschen schneller Hier ist irgendwas Da hinten ist einer Da, ich hab dich doch gesehen Du Verbrecher, stirb Wow Ich hab jetzt schon wieder keine Muni Wollt ihr mich schon verarschen? Wollt ihr mich verarschen? The Great One Diese außergewöhnliche große Gebirtsdugla Sie Poldot Zuga Menzie Substa Blablabla Arschgedöns War über 200 Jahre alt Als sie 1937 durch ein Blitzschall Rack gefällt wurde Legenden der Einheimischen nach Rechte sie bis zu den Sternen Nachdem sie ungestützt war Maßt man ihre Länge auf 66 Meter Fast ein Weltrekord Bis zu den Sternen 66 Meter Ja Das ist Normal Nein Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch gar keine Munition Verdammt Schnell weg hier Einfach den Schildern hinterher Ausgewichen Nein Weg hier Weg hier Ah Da vorne ist Licht Da vorne ist Licht Da vorne ist Licht Da vorne ist Licht Nein 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 Warum geht das Licht aus? Nein Sehr nett Sehr nett Wo kriegt man hier Verdammte Muni her Ah Ja du wieder Ich darf meine Muni nicht an diesen Leuten hier verschwenden Wo kann man denn Ah ich Alter Wo hab ich denn auf einmal Die Muni wieder her Das ist aber nett gewesen Jetzt Die haben mir auf einmal Muni wieder gegeben Sehr schön Sehr schön Stirb du dort hinten Ja tot Da war noch irgendwo einer Da Da bist du ja Unten Da Jetzt stirb Ja Dann gehen wir weiter Ich Zerstöre euch Ihr Schatten Die Dünn Okay Hier sind Noch mehr Warum sind hier auf einmal drei Okay Der da hinten ist noch nicht Am leuchten Okay Und noch zwei für den Ja Sehr gut Okay Ich glaube Hier kam dann keiner mehr Oder Kam hier dann noch einer Ich hoffe nicht Weil wir den nicht besiegen können Außer es gibt irgendwelche Nahkampfverzeigen Aber das weiß ich nicht Ich habe immer Muni Armes Muni Ich bin immer ganz knapp Bei der Muni Natürlich ist da einer Natürlich Natürlich sind da noch mehr Natürlich sind da so viele Die ich Natürlich sind da so viele Natürlich Wie soll ich ihn töten Verdammt Boah Ihr wollt mich doch verarschen Ihr wollt mich doch verarschen Hoffentlich ist da Muni drin Nein Doch 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 Nein Mann Ich gehe da nicht zu diesem Baum hin Weil ich nicht genug Muni habe Weil die mich hier verarschen wollen Ach man Was soll das shit hier Ganz ehrlich Ganz ganz ehrlich Ich mag das so nicht Ich sterbe hier echt nur Weil die mir einfach viel zu wenig Munition Hinüberreichen Das kann doch nicht angehen oder Dass man das Spiel nicht schafft Weil man zu wenig Munition hat Obwohl ich versuch Sparsam zu sein Verdammt Eigentlich macht das Spiel hier echt Spaß Aber wegen dieser Wegen den Kram Da ist ja schon jemand Ist hier noch einer Wo kommst du ihn hier? Also Batterien hat man aber Muni nicht Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich vollkommen verarschen? Ich hasse euch verdammt Nur am Ausweich Nur am Ausweich Und jetzt schnell hier rein Wo seid ihr jetzt? Verdammt Seid ihr geflüchtet oder wie? Na? Na? Hatte die Angst? Hatte die Angst? Wo sind die? Ich habe Angst Wo sind die? Verdammt Schnell weg hier Lass mich in Ruhe Lass mich doch in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich doch in Ruhe Lass mich doch alle in Ruhe das geht doch weg jetzt gern 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 hier ist verdammt ich bin einfach nur dran vorbei gerannt mann 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 ich habe jetzt vergessen wie lange ich das schon am aufnehmen bin gerade alter fast ohne muni durchgekommen war das jetzt schlimm war das jetzt schlimm ja jetzt schmeißen die mir wieder muni in den hals und das telefon das machen die auch kaputt ihr schweine was sagten jetzt telekom dazu ihr habt telekom wütend gemacht wollt ihr euch mit telekom anlegen wollt ihr bestimmt nicht das sind voll die schlawiner das sind richtig die harten also ich hätte euch geraten das sein zu lassen aber was ist ihr müsst euch mit telekom anlegen verdammten schweine hier was ist das sieht nicht aus gibt es hier irgendwo hinweise wir suchen nach einem versteckten hinweis kinder seht ihr einen hinweis ja seht ihr einen hinweis da ist ein hinweis und da ist ein hinweis und da waren ziemlich viele hinweise verschwinde ah du alter holzweller holzweller stirbt nein verdammt ah da muss ich gerade ein bisschen konzentrieren ich stung ja 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 erst mal nachladen was the taken are filled with filled with darkness alter den hinweis wollte ich nicht schreiben wir das in unseren großen dicken notizbuch ne kleinen dicken notizbuch ich hab's vergessen schreiben wir das in ein notizbuch ich hätte gerne leuchtpistole normalerweise tauchen die doch so cool auf oh ja da seid ihr da seid ihr ja ihr seid so cool weil ihr eine gang seid oder so alter 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 lasst mich hier raus alter ich hasse euch ne ich hasse euch ihr seid ja so nett ne wisst ihr was ja ich komm da durch 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 verdammt ich hasse euch ich hasse euch ich hasse euch ja da dann eigentlich ich ich muss mir wohl einen umweg gehen ich habe noch keine ahnung wie lange die folge läuft aber ich glaube es sollte langsam so sein also mache ich einfach mal einen cut ich will so ich ich ja ich ich